In diesem Video würde ich mich dir gerne vorstellen. Mein Name ist Siamak Hashemi und ich bin Professor an der Berliner Hochschule für Technik. Der Vorname Siamak, der kommt aus dem Iran. Ich bin gebürtiger Iraner und bin seit 1989 hier in Deutschland mit meinen Eltern als kleines Kind hierher gezogen. Ich habe hier meine Schulzeit verbracht, mein Abitur hier gemacht und auch studiert hier in Berlin. Studiert habe ich an der Technischen Fachhochschule. Das ist der frühere Name der BHT Berlin. Das heißt, ich habe hier an der Hochschule auch mein Diplom gemacht. Damals noch Diplom, vor Bachelor, Master. Ich habe dann nach dem Studium in die Arbeit gegangen, habe als Softwareentwickler und Berater gearbeitet und bin dann in die Promotion gegangen. Das bedeutet, ich habe meine Doktorarbeit gemacht. Die habe ich in dem Bereich Software-Testing gemacht, also Qualitätssicherung und habe damit fünf bis sieben Jahre verbracht. Während der Promotion habe ich noch ein eigenes Softwareunternehmen gegründet und habe einige Erfolge gehabt und habe diese Firma dann 2016 verkauft an ein anderes Softwareunternehmen. Und bei diesem Softwareunternehmen bin ich gewesen bis vor meiner Professur. Meine Professur an der BHT Berlin, da hatte ich mich auf zwei Stellen beworben. Wir haben einerseits die Softwareentwicklung, die Professur für Softwareentwicklung und einmal für Webengineering. Softwareentwicklung hat geklappt und seit 2022 lehre ich hier als Professor. Was kann man noch über mich wissen? Mein Lehrstil ist sehr sozusagen interaktiv. Ich freue mich, mit den Studenten viel zu tun zu haben. In meinen Kursen duzen wir uns auch in der Regel und habe ansonsten viel Digitales in meinem Unterricht. Das bedeutet, wir machen viel Moodle. Die Klausuren werden in der Regel digital geschrieben. Es gibt wenig Papier in meinem Unterricht. Ansonsten geht es halt viel um Programmierung in meinen Kursen. Programmieren 1 und 2 sind klassische Kurse, die ich mache. Und dort bin ich halt noch nach 20 Jahren immer noch sehr begeistert von Programmieren und einfach das Lösen von Problemen und kniffligen Problemen. Ich begleite meine Studenten, euch sehr gerne in dem Prozess Programmieren zu lernen, aber auch in höheren Semestern diese Fähigkeiten zu vertiefen. Ich habe immer persönlichen Kontakt auch zu meinen Studenten, teilweise noch Kontakt aus früheren Zeiten und beobachte immer gerne, wie sich so die Karrieren jetzt im Studium, aber auch danach entwickeln. Ich freue mich immer, wenn irgendeiner sich dann bei mir meldet und sagt, Mensch, das hat Spaß gemacht in deinem Unterricht. Ansonsten bin ich immer ansprechbar für meine Studenten. Ich pflege immer Chat-Systeme, Discord und versuche auch in außeruniversitären Sachen zu helfen. Also sollte es Probleme geben, finanziell bei dem Laptop oder ähnliches, bin ich immer ein Ansprechpartner und versuche da auch einfach ganzheitlich meinen Studenten zu helfen. Solltest du eines meiner Kurse gebucht haben, freue ich mich sehr darauf, dich kennenzulernen und hoffe auch, dass ich deinen Ansprüchen gerecht werde und wir viel Spaß haben im Unterricht. Soll er auch so sein. Vielen Dank und ich freue mich auf dich. Bye.